Die große Verantwortung liegt nur auf ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Geschwindel auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, es sind sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwächen. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Erschwätz der Schweinepfiff. Mitleid ist eine Ursache, ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verraten gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur georgen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampe in jedem Außenseiter als Gemeinschaftsfremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für den Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Himmler hat in Lübeck den Westmächten, der Englisch-Rundfunk berichtet das. Himmler, unter euch aus der rechten Himmler, getreust in der Treue. Himmler, unter euch aus der rechten Himmler, getreust in der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speyer, ja. Ein wegenfremder, unbereichbarer Günstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist der Fett wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort! Bitte. Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscher rein. Und holen Sie mir Fäge rein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort zum Bericht! Sie und Greim müssen sobald als möglich aufbrechen. Fliegen Sie zu Deubitz. Geilen Sie mit, er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdienten Strafe zuzuführen. Herr Führer, Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Tuch zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis. Aber Himmler muss sterben. Er hat Verrat geübt. Ja, ich hatte Recht, ihn nicht in meine Pläne einzureihen. Herr Führer, da klappen Sie deine Schauer datenlos zu, bis diese Judenfreunde mich abmorgsen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Tauschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wählt sich bereits als Sieg, aber Sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Hör uns. Ob die Sürde Norden des Rheins, wir werden den Feind in einer riesigen Zahnenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Drack bereits stehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Dabei können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor Ingeniemern führen. Und vor dem Anteilspartner.